Zeit. Durchs Fenster steigen. Genau, das steht hier so. Und jetzt steigen wir es. Durchs Fenster. Wenn es denn gehen würde. Speichern. Ah. Ganz schlauer bist du also. Oh. Das wollte ich nicht. Sag nichts. Na gut. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Und seht mich nicht so an. Ihr gebt mir... Huh. Ihr habt eine Speisekammer. Nicht, dass du da irgendwo einen Keller hast. Eben hier rein. Oh, wieder so eine lästige Fliege. Ich weiß nicht, wie... Die kommen immer zu den Aufnahmen. Sonst ist es hier still. Ein weiter. Ja. Ja. Gut. Ohne einen zu verlieren. Wo ist er denn? 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 Habe ich gespeichert? Hier dürftet gar nicht hier sein. Hier dürftet gar nicht hier sein. So ist das nicht professionell. Das machst du mit so einem hübschen Grinsen, Mensch. Das ist ja richtig niedlich. Das hast du dafür verdient hier. So. Aber du wirst jetzt sowieso nicht mehr lange leben. So, jetzt speichern wir noch einmal. Und ab in die gute Stube. Oh, wir sind schon bei 45. Ich will das mal ausprobieren. Automatisch. Ah, nicht schlecht. Also, umso höher, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Speichern, das ist... Und wir haben unseren Mörder durch nicht hier. Das ist wichtig. Die benutzen wir nur, um zu mörden. Zu morden. Raus hier. Jetzt. Ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Bin ich unsichtbar? Laden. So, und jetzt gehen wir schnell auf die Seite. Den sieht er uns nicht. Hoffe ich. Falsche Waffe. Leidensdorn. Bei der Gnade Asuras. Warum geht er denn hier rum? Ich dachte, er geht... Falsche Waffe. Das mache ich jetzt schon so oft. Das tut nicht Not. Bei der Gnade Asuras hat man denn hier gar keine Privatsphäre mehr. Raus hier. Wo muss ich denn hingehen, dass er uns... Wo muss ich denn hingehen, dass er uns... Ja, das war zu... Er geht hier lang. Vielleicht stellt er sich da in die Ecke. Dann gehen wir mal hier nach oben und gucken, wo er lang geht. Andere Waffe. Na los. Hä? Ihr dürftet gar nicht... Hallo? Du siehst viel, viel, viel zu gut. Ups. Den wollte ich. So, ganz wichtig. Nicht, dass wir hier noch... Jetzt ist er da irgendwie einmal rumgegangen. Okay. Würde uns hier eine Ecke bemerken, wenn wir... Er kommt ja gleich wieder zurück. Dann würde ich sagen, der macht 9 Schaden. Und das Ding macht 22, weil er ja eine Rüstung anhört. Jetzt... Jetzt ist er verschwunden, ne? Ja, ganz klasse. Ganz, 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 ganz geil. Oder wir bringen dich einfach um und gut hat sich das. Und wir haben ein Kopfgeld und hauen schnell ab und... Fertig hat sich das. Ähm, ähm, was will ich jetzt eigentlich? Will laden. Da haben wir jetzt Überlieferungen. So, wenn wir das so machen. Speichern. Ach, ich dachte ich... Mal automatisch... Geht das jetzt? Mal gucken, ob das nochmal klappt. Ob die da... Die Hausherren irgendwas machen. Nö, die sind handzahm, ne? Hallo! Die sind sogar noch freundlich. Mensch. Hätte keiner gedacht. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe. Oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Okay, ähm, Gold bezahlen. Zu schade aber auch. Ja, das kann... Ja, gut, Mensch, mein Gott. Und die sind wieder da. Was ist denn, ihr Meister? Ja, hier waren wir schon öfter. Ja, Mensch, die 40 Goldstücke, die können wir entbehren. Ach, da müssen wir noch ganz hin rein. Dann kommt jetzt mal... Die Herberge zum betrunkenen Giraffen, oder was das war. Ich konnte das nicht lesen. Herberge zum betrunkenen Drachen. Ja, fast das gleiche. Haben beide einen langen Hals. Ähm... Ach, du. Sucht ihr eine Kammer? Sagt nichts. Hm. Nun lebt wohl, Kumpel. Kumpel? Also, wenn er da irgendwo unten in der Ecke steht, das wäre... Ich meine, der Säufer da aus der Kaiserstadt, der kann ja nicht die ganze Nacht bleiben sitzen. Aber jetzt steht er schon. Na, Uletung, Bäuschen, ne? Das ist ein... Vogel. Ah. Ah. Sprecht. Fertig getrunken? Du hast doch Streife, mein Gott. Da draußen sind wilde Tiere. Bestien. Du wirst doch wohl... Irgendwann woanders hingehen. Wenn er... Ich höre euch zu, Bürger. Wenn er da... Falsch guckt und ich so mache. Wie geil, er sieht das nicht. Komisch. Ist hinterm Tresen, ne? Nicht gesehen? Wir sind hier, um zu helfen. Du hast nichts gesehen. Geht weiter. Okay. So, nächster. Ähm... Layer-Win. Ach, jetzt haben wir gar nicht gelesen. Wer war denn das? Warte, gucken wir nochmal eben, wer das war. Und dann lese ich nochmal den Text dazu durch. Der ist ja wichtig. Man muss ja wissen, was die Mutter zu den Pippels hier hält. Also es... Wie kann ich euch helfen, Meister? Es war Andreas. So, Andreas. Das war der falsche. Da ist er. Andreas. Herberge zum betrunkenen Drachen. Er ist der Besitzer und wohnt auch dort. Mensch, Donnerwetter. Andy hat sein eigenes Bier gebraut und Schnaps gebrannt. Seit er sechs Jahre alt war... Oh, jung angefangen, jung übt sich. Die Eröffnung dieser Herberge war der glücklichste Tag seines Lebens. Ich möchte, dass ihr ihm neue Tavernengläser besorgt. Bestimmt gibt es in der Kaiserstadt Kunsthandwerke, die einen eleganten Satz aus mattem Ebenholz oder aus Altmerkristall erschaffen können. Ja, ganz niedlich. Noch nicht aufgefallen, ne? Jo. Das macht der Alkohol. So, Leia Winn. Wen haben wir da? Wie ist das Wertebefinden? Jo, ganz, ganz angenehm. Aloe Vera. Was aussieht wie Mais. Finde ich. Naja, jeder kann denken, was er will. Wer bist du denn? Wer hilft einem alten Bettler? Niemand. So. Oben, über uns. Und zwar hier. Oder noch ein höher. Mal gucken, ob der Pfeil denn noch intensiver wird. Ich weiß das nicht. Ich meine, es sieht ja so wie... Ist das... Schwierig. Das kriegen wir noch nicht hin, ne? Ne. Da sind unsere Fertigkeiten... ...zu schlecht. Mist. 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 ist.